Willkommen zurück, Let's Play Final Fantasy XIII. Wieder hier mit Lightning. Wieder zurück mit Zwergnase Hope und Sexy Hexy Fang. Aber Lightning als Hauptcharakter mit A-Charakter. So, super Speicherpunkt, das gefällt mir immer gut. Dann können wir doch gleich mal das Crystarium wieder aufwerten. So, Lightning. Verborgen, Siegkräfte entfesselt, sodass nun für alle Rollen... Bla, wir werden nicht alle Rollen machen. Also nicht hier, einfach weil das nichts bringt. So. Ach, ich bin ja auch eine Nuss. Dann mache ich den Verheerer doch tatsächlich zuerst. Ach, ich kann nicht gar nicht mehr weiter. Das ist ja top. Kann ich beim Heiler weiter? Ja. Heiler komme ich weiter. Dann werde ich auch den Heiler definitiv weiter ausbauen. So, was haben wir denn bei Hope Schönes? So, Brecher, Verheerer, Verteidiger, bla. So, wir bleiben trotzdem dabei. Er darf den Augmentor. Kann man da? Nee, da kann man nix. Beim Heiler kann man wieder was machen. Nee, wir gehen hier... Ah, ich dachte schon, der Verheerer wäre auch voll. Wir gehen hier erstmal auf den Verheerer. Hat den Effekt... Na, los, weiter. Hat den Effekt, dass er einen guten magischen Schaden macht. Wenn wir bei ihr natürlich auch vorrangig auf den Brecher gehen, welcher ebenfalls schon aufgewertet werden kann. Todesstoß, das freut mich. Wahrscheinlich eine absolut sinnlose Attacke, aber egal. Und der Rest interessiert mich gerade irgendwie nicht. Ah ja, genau. Speichern können wir hier ja auch. So, dann wollen wir doch mal speichern. Aber bitte speichern, speichern, speichern. So, und an dieser Stelle machen wir wieder einen Cut, ne? Wie sehen wir uns das nächste Mal wieder? Nein, natürlich nicht. So. Oh, da unten ist ja ordentlich Party. Überall hier so kleine, schleimige, äh, Schneckenviechers. Die sollten eigentlich recht schnell erledigt sein. Mhm, Lebensschub, ja, ja. Hatten wir uns jetzt richtig, ne? Analysaten, also, Analyse möchte ich... Ach komm, nehmen wir mal Analyse. Was machen wir denn? Metafähigkeiten, Beschwören, Analyse. So, hat es denn was gebracht? Ah, super. Während ich hier Analyse in den Sand gesetzt habe, haben sie einfach mal ganz kurz meine ganzen Gegner plattgemacht. Schön, schön. So, was finden da unten statt? Da sind drei Gegner. Ah, Pudding! Nom, nom, nom. Da kriege ich Hunger, du. Das glaubt aber mal. Komm her, ihr Pudding. Pudding! Cyberpuddings. Luminis-Gilet. Nom, nom, nom. Mit Fluoreszenzlicht. Leuchtet im Schwarzlicht. Und... Kann man zur Not auch als Taschenlampe verwenden. Bei denen muss man aufpassen. Ich glaube, das sind so welche, die sich zusammentun zu einem größeren Blob. Ja. Sind sie. Genau sowas habe ich erwartet. Aber egal. Hier. Bom, 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 bom. Tod. Alles gut. 204 für das Vieh. Da hätte man ruhig ein bisschen mehr bei springen lassen können. So, wollen wir mal gucken. Haben wir hier noch irgendwas in der Richtung Kiste oder so? Da lang nicht. Da lang vielleicht. Ja, 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 ja. Wunderbar. Das ist der Weg zur Kiste. Gut. Hier gehe ich als allererster so auf die Blubberviecher. Plänkel, genau, auf das Luminous-Gilet. Kann man sich auch schön als Wandverzierung nutzen. Leuchtet immer im Dunkeln. Macht auf jeder Part einen guten Eindruck. Gebe ich nur so als Tipp. Also, wer so ein Luminous-Gilet findet, sofort einfangen und irgendwo gegen klatschen. Blöd ist nur, wenn die Tapete neu ist oder so. Also, die guten Tapeten sollte man damit in Ruhe lassen, weil sie sind ziemlich fettig und färben tierisch ab. Deswegen am besten immer auf dunkle Tapeten. Dann fallen Fettflecken nicht so richtig auf und so. Macht mehr Sinn. So. Kiste. Wir finden... Was finden wir hier? Wir finden ein Magister-Amulett. So, das klingt aber gar nicht mal so schlecht, was ich da gerade gefunden habe. Anlegen. So, Goldreif. Gucken wir doch mal. Ein Helden-Amulett. Physischen Schaden. Courage-Notlage. Inner-In-Notlage. Ja. Nö. Nein. Nein. Nehme ich nicht mit. Soll mir egal sein. Gehen wir jetzt wieder den richtigen Weg. Jetzt natürlich die Frage. Ah, gut. Okay, das ist wirklich eine Sackgasse da oben. Bus. Jetzt sagt nicht. Gegen die Viecher auch noch ein Präventivschlag. Komm, Fang. Bitte, bitte. Tu dir selber einen Gefallen. Mach einen Rundumschlag. Tipptopp. Ehrlich, Mädel. Akkurate Leistung. Die kam ja förmlich zu nichts gerade. Wundervoll. Ja, von diesen von diesen Schnecken darf es ruhig ein paar mehr geben. Oh, das ist bitter. Schnecken in Kombination mit Waldpuddings. Aber gut. Und noch einmal netterweise ein Präventivschlag an alle. So, komm. Luminous Gelee einmal zerlegt. Ja, tip top. Den zweiten haben wir auch direkt ins Nichts geschossen. Dafür hat Lightning gerade enorme Schmerzen. Was wir natürlich auch sofort beheben möchten. Okay. Ah, Lightning kommt mit dem Rundumschlag an. Sehr gut. Rufen die sich irgendwie gefährden oder werden das... Das sieht ja fast so aus, ob das noch mehr werden hier gerade. Na gut. Ist ja auch egal. Viele halten die ja zum Glück nicht aus. Dann lohnt es schon mal, einfach mal die Lebenspunkte schleifen zu lassen. Ja. 562 ist schon ganz nett gemeint. So. Jetzt wird es aber interessant. So. Da hoch müssen wir. Das da unten sieht natürlich wieder einladend nach einer Kiste aus. Hopp. 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 So. Was haben wir denn da hinten? Da hinten haben wir eine Kiste. Was ist da denn hier? Geht's da auch weiter irgendwie? Ah ne. Wäre ich hier beinahe fast drauf reingefallen. noch eine Kiste mit noch mehr von den Viechern. Super. Ich glaube, ich lacke hier gerade nur so durch die Gegend. Präventivschlag auf Präventivschlag auf Präventivschlag. Herrlich. Warum geht das nicht immer so gut? Komm, jetzt noch so ein paar schöne Raga-Dinger. Ah, super. Fang haut schon die Rundumschläge nur so raus. Beziehungsweise Doppelattacke anschreit. Auch schön. So, und der letzte. Herrlich. Gut gelaufen, gut gelaufen. So macht das Ganze doch Spaß. So kommt man schnell an seine Ausrüstungsgegenstände und an seine Kisten und so weiter. So, öffnen. Wundsalbe. Zehnmal. Jetzt habe ich keine Wehwehchen mehr. Ich gleiste mich einfach komplett in dieser Wundsalbe ein. Hopp. Ich gehe so den ganzen Weg nochmal zurück. Ist ja nichts Dramatisches hier. Hopp. So, was haben wir da drüben für Gegner? Sieht mir fast so aus, ob da gleich drei Puddings rauskommen. Vier sogar. Uncool. Na, schaffe ich wieder einen Präventivschlag? Tatsache. Oh, herrlich. So habt ihr das doch gern. Bom, der erste im Schock. Und nicht der letzte. Da kommt noch mehr. Bam, der zweite im Schock. Und der dritte ist noch bei der Transformation draufgegangen. Wundervoll. Ehrlich, bitte immer so weiter. So, irgendwie. Achso, ja gut, wahrscheinlich kann man da gleich wieder zurückgehen und da hat wieder eine neue Kiste und so. gut. Keine Gegner in Sicht. Ah, sag ich doch, da ist eine Kiste. Regenbogenkette, yeah. ja. So, und der Speicherstand, vor dem wir natürlich wieder einmal das Kristallium erweitern werden. Bam, 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 bam. Hm. So, den Brecher wollten wir bei ihr nicht. Wir gehen bei ihr auf den Heiler. So knapp vorm. Ja, hätte ich mal die Punkte nicht auf dem Brecher liegen gelassen, wäre das wahrscheinlich besser geworden. So, lülülülü. Genau, der Verheerer ist bei ihm dran. Den kriegt er voll. Ja. Sehr gut, dann können wir beim Augmentor weitermachen. Oh, der ist ja schon voll. Dann natürlich beim Heiler. Heiler, genau. Auf der Hälfte der Strecke stehen geblieben. Fang kriegt jetzt nochmal ihren, mal gucken, was sie überhaupt hat, nochmal. Den Brecher, den Brecher kriegt sie jetzt noch voll. Und anschließend erstmal den Manipulator. Der schon voll ist. Super. Dann natürlich den Verteidiger, den wir ja so absolut häufig nutzen hier. Was hat sie denn hier vorne? Eigentlich da. Da. Oh. Konter, herausfordern. Äh. Nicht schlecht, nicht schlecht, was da noch so kommt. So, gucken wir uns doch nochmal die Ausrüstung an. Wir haben doch hier irgendwas Neues bekommen. Regenbogenkette. Ex-Animal-Resistenz. Um 30% erhöht. Das klingt eigentlich ziemlich cool. Aber reduziert natürlich dementsprechend wieder die Lebenspunkte. Und Lebenspunkteverlust ist doof. Naja, mehr oder weniger. Wenn man Resistenzen hat, verliert man auch weniger Lebenspunkte. Na gut, kümmern wir uns jetzt doch nochmal in den letzten Minuten um den Rest der Kristalien. Hm, hat er voll? Toll, hat er auch voll. So, der Verteidiger. Dann halt eben hier weiter. Wenn es nicht anders geht, dann muss das halt so. Und die restlichen Punkte heben wir uns bei denen hier wiederum auf. Ich überlege gerade, wo noch mal die Grenze war. Ich glaube, bei 999.999 Kristallpunkten. Weiter geht's nicht mehr. Blitzer. So, Brecher hat er voll. Augmentor. Ah, super. Beim Augmentor kann ich nochmal ein bisschen was draufwerfen. Und bei ihr Verheerer ist nicht voll. Manipulator ist nicht voll. Dafür ist der Heiler voll. Na dann auch nochmal auf den Verheerer. So, so, so. Und wie weit kommst du? Schade. So, Lebenspunkte sind aufgefüllt. Also speichern neuer Speicherstand nicht. Ich überlege gerade. Ach komm, nehmen wir einfach die hier. Bling. Yeah, Speichern erfolgreich. So, und dann machen wir an dieser Stelle wieder einen kleinen Cut. Bis zur nächsten Folge. Let's play Final Fantasy 13. Bis denn.